Hallo und herzlich willkommen zu Do-it-yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch eine andere Methode zeigen, wie man zum Beispiel diese Dragonscale Armbänder machen kann oder auch alle anderen Armbänder, für die ihr die Pins nebeneinander braucht. Zum Beispiel mit Gabeln habe ich das ja zum Beispiel schon mal gemacht, bei diesem hier zum Beispiel. Wenn man mehr als vier Pins dafür benötigt, wie zum Beispiel für diese breiten Dragonscale Armbänder, habe ich ja immer zwei Gabeln zusammengeklebt, aber das verrutscht manchmal und ist nicht so wirklich fest zusammen und einige von euch fragten auch schon mal nach einer Alternative. Und es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze mit einem Kamm zu machen. Da habt ihr auch einfach die Pinnen nebeneinander und die sind halt schon mal fest zusammen. Die zinken hier von dem Kamm und das Ganze geht auch hundertprozentig damit. Teilweise sogar noch besser, weil es halt direkt fest nebeneinander schon ist und zum Beispiel diese 6er Armbänder, für die ihr 6 Pins nebeneinander braucht, sind darauf super praktisch zu machen. Oder auch dieses kleine flache 3-Pin-Armband lässt sich super darauf machen, weil ihr einfach auch 2 Pins nebeneinander als einen Pin benutzen könnt und dann kann man da sehr schön mit der Gabel zwischengreifen. Das geht alles hundertprozentig und wie gesagt, das ist eine super Alternative zu den Gabeln. Und ja, so ein Kamm hat ja auch jeder zu Hause oder ist ja auch super günstig zu bekommen. Und ja, vielleicht hilft euch das und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr mögt die Idee und wenn das so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ja, sonst, wenn ihr noch Ideen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt uns einfach was in die Kommentare. Oder wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt und in Zukunft mehr von uns sehen möchtet, dann abonniert uns einfach. Und wenn ihr noch mehr Fotos und sowas von uns sehen möchtet, dann schaut einfach mal bei Instagram, Twitter oder Facebook bei uns vorbei. Und bis zum nächsten Mal.